Wollt auch ihr leckeren Grünkohl aus dem Dutch Ofen haben zur Herbstzeit, dann bleibt dran! Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von den Dutch Ofen Brothers. Mein Name ist Kai und heute zeige ich euch passend zu dieser Jahreszeit einen leckeren Grünkohl-Eintopf aus dem Dutch Ofen. Was ihr dafür nachher benötigt, schreibe ich euch wie üblich unten in die Bio rein. Wir haben schon alles soweit vorbereitet, jetzt allerdings gehen wir direkt an den Topf ran und werden diesen leckeren Grünkohl-Eintopf zubereiten. So, endlich am Topf angekommen, haben wir den Topf auch richtig vorgeheizt. Ich mache das heute wieder in einen 11,25 Liter Topf und wir fangen mit folgendes an. Und zwar mit den Mettwürstchen. Die lassen wir jetzt aus, damit wir noch ein bisschen Fett bekommen und dieser ganze Sud unten einen kleinen feinen Geschmack abgibt. Zwischendurch mal schön umrühren. Damit auch jede Seite von den guten Mettwürstchen was abbekommen. Schreibt doch einfach mal unten in die Kommentare rein, was ihr so dafür benötigt für Grünkohl oder was ihr dazu macht. Ob auch mit Mettwürstchen oder halt mit dicker Rippe oder sonstiges. Schreibt doch einfach mal unten in die Kommentare rein. So, die Mettwürstchen haben jetzt etwas Farbe bekommen und wir werden diese jetzt aus dem Topf nehmen und dann die Zwiebeln in diesem Sud anzuschwitzen. Ja, wie schon gesagt, geben wir jetzt die Zwiebeln hinzu und lassen diese dann schön goldgelb werden und dann geht es auch schon weiter mit den nächsten Schritten. Ja, unsere Zwiebeln sind jetzt schon so schön goldgelb, so wie wir sie auch haben wollen. Ich liebe es in Zwiebeln hier auch. Es gibt nichts besseres. So, liebe Leute. So, als nächstes geben wir den Grünkohl hinzu. Ich weiß nicht, was ihr denn umnehmt. Ich nehme gerne den tiefgekühlten in so Brikettform, da er ist auch schön funktionierbar. Ich weiß nicht, was ihr da so nehmt, aber wie gesagt, ich nehme den immer grundsätzlich. Der ist super. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben, was ihr so gerne davon nehmt. Und wie gesagt, den lassen wir jetzt schön auch wieder köcheln und warten nun ab. So, wir heben den Grünkohl schon mal ein bisschen unter, damit da mal ein bisschen Hitze rankommt und die Zwiebelchen mit drunter gemischt werden. Das sieht schon sehr gut aus, so. So, und lassen wir jetzt schon wieder weiter köcheln. Im nächsten Schritt gießen wir den Grünkohl mit Brühe auf, Gemüsebrühe. Hier haben wir jetzt einen Liter genommen, damit der drin schwimmt. Und zusätzlich geben wir noch mal etwas Wasser dabei. Noch die Kartoffeln dazu. Wieder gut verrühren, ihr Lieben. So, zu guter Letzt geben wir jetzt noch die Mittwürstchen dabei. Die geben natürlich dann auch noch mal den ganzen Geschmack. Rügen die Saison nochmal kräftig um, damit die reinkommen. Und das lassen wir jetzt noch. Eine gute Stunde köcheln. Und könnt es dann servieren. Dann könnt ihr jetzt noch so schön abschmecken, wie ihr gerne wollt. Und fertig. Und fertig. Und fertig. Und fertig. wieder bei einem leckeren Gericht hier bei uns auf unserem Kanal bei den Dutch Open Brothers. Bis dann!